Und da ist es doch tatsächlich passiert. Ich fass es nicht. Haben die das nicht ordentlich getestet, diese Entwickler? Waren die alle besoffen oder was? In der Beta-Testing-Phase haben die alle nur Eierschaukeln gemacht hier. Gewonnen! 640 Simoleons gab es jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Gut, okay, wir haben 6358 Simoleons. Das sollte für den Anfang reichen. Und einen sehr lauten PC, der hoffentlich nicht abstürzt. Ich erinnere nur an die erste Session, die ja nicht veröffentlicht wurde, weil ich kein Bild hatte. Und ich hatte das bei Scraptand genau einmal gemacht, weil ich es da ja nicht wieder zurücksetzen konnte. Ah, guck mal! Komm her, Simon, wir umarmen dich. Der alte Paco hat seinen Panscho. So, dann muntern wir dich noch auf. Es gibt halt immer so viel zugleich zu tun. Das ist so ein bisschen anstrengend, sage ich mal. So, haben wir es schon. Natürlich nicht ganz. Ja, komm mal. Ja, komm. So. Nimm diesen Kürbis. Dankeschön. I appreciate that. So. Es ist 2 Uhr, Freunde. Und das heißt wiederum... Aua. Das will ich jetzt mal ganz kurz rausgehen. Nur um direkt danach wieder reinzugehen. Und mit etwas Glück... ...liegt hier ein Kennzeichen. Schön. Das findet man übrigens... Ich sag's ja Vollständigkeit einfach nochmal. Nur zwischen 2 und 3 Uhr an genau dieser Stelle. Na klar. Ohne Cheaten ist das auf jeden Fall ganz legal möglich. Vor allem für Jugendliche ab 6. Kinder und Jugendliche ab 6. Oder für jemanden wie mich. So. Ach, ich wollte nochmal in die Kunstgalerie... ...und da mal schnell noch was Neues hinhängen. Denn das ist ja unsere kleine Geldfabrik. Ne? So, ist hier jemand traurig? Ne, nur verrückt. So, das hat keiner gekauft leider. Aber das hier... Das ist übrigens ganz schön... Hui! Meisterwerk. So muss das sein, Freunde. Und die Leute werden hier drin verrückt. Das freut mich. Ich könnte mir vorstellen... ...wenn wir jetzt hier rausgehen... ...und nochmal ganz schnell am Brunnen vorbei... ...dass da das Kennzeichen wieder liegt. Oder ist das nicht Buggy hier? Wo lag denn das eben? Lag das hier? Ne, es lag hier vorn, ne? Liegt das wieder da? Ne. Das tatsächlich nicht. Na okay. Vielleicht in ein paar Minuten wieder. So. Euch geht's allen gut. Das ist schön. Dann schauen wir mal schnell... Was ist denn unsere Aufgabe? Keine. 34 Kürbisse, 32 Brennstäbe. Traurig. Wo bist du denn, Ara? Casino. Es tut mir leid, Freunde. Aber wir müssen ein bisschen unsere Laufbahn vorantreiben. Und das geht nun mal nur, indem wir Leute glücklich machen, die traurig sind. Ich würde das jetzt aber gleich wieder rausschneiden. Und dann gehen wir mal zu Frankie, würde ich sagen. 10 Simoleons und Pfeffer-Paule. Und da ist es doch tatsächlich passiert. Ich fass es nicht. Es geht nichts mehr. Ich hatte eigentlich gedacht, wir haben gerade Geld bekommen, dass jemand ein Gemälde gekauft hat. Natürlich genau jetzt stürzt die Scheiße hier ab. Oh, weißt du, wann ich das letzte Mal gespeichert habe? Das macht dann halt alles zunichte. Haben die das nicht ordentlich getestet, diese Entwickler? Waren die alle besoffen oder was? Oh, Freunde, es ist so ätzend einfach. Es ist so beschissen. Wie kann man denn nur so ein unfertiges Spiel auf den Markt bringen? EA, Alter. Geil, geil. Alles umsonst. 1,416 Simoleons. Wir können alles von vorne machen. Alles. Ich meine, wir haben immerhin die Quest jetzt hier abgeschlossen. Aber alles, was wir seit dem Moment hier gemacht haben... Oh, fuck me. Das ist so bescheuert. Es ist so bescheuert. Ganz kurz, wir haben drei Kennzeichen. Haben wir jetzt das aus der Kunstgalerie schon? Ich bin mir nicht sicher. Unter Umständen ja. Weißt du, normalerweise speichere ich vor jeder fucking SMS, weil ich diesen Fehler ja kenne zur Genüge. Das ist so bescheuert. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Dieses Kackschwiebel. Oh, ich kriege Schaum vor dem Mund. Mein Gott, ey. Wir haben echt in der Beta-Testing-Phase, haben die alle nur Eier schaukeln gemacht hier. Gut, wir fahren in die Hauptlobby. Oh, kacke, ey. Kacke. Das gibt's doch alles nicht. So eine Scheiße, du. So was. Und das nimmt den Spielspaß halt völlig raus. Dann willst du am liebsten die Konsole einfach nur an die Ecke klatschen. Wow, ein Gabelbein. Na schön. Oh, lick my ass wirklich. Das ist doch kacke alles hier. Jetzt sind natürlich auch keine erhöhten Gewinne hier drin. Oh, wir müssen pennen, ey. Die sind alle verrückt. Ja, chill. Basis, Alter. Oder sind hier vielleicht doch erhöhte Gewinne möglich? Nee, eher nichts. Lasst mich mal bitte gehen. Boah, da ist man gleich so was von demotiviert und alles. Und dann immer diese Kackbedürfnisse. Jetzt muss ich erstmal ein Bett suchen hier. Ich gehe aber vorher noch das Kennzeichen mitnehmen hier. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass in der Manager-Suite jetzt drei hängen und nicht nur zwei. Das wäre ja wohl das Mindeste. Ja, nervt nicht, Bruno, bitte. Okay, es hängen drei. Immerhin. Immerhin. Das ist nervig. Das ist auch so ziemlich das einzige Nintendo DS-Spiel, das einfach mittendrin abstürzen kann. Und ich habe tatsächlich ein paar gespielt. mehr als man denken mag. Aber holy shit, Alter. 53 Simoleons. Na, vielen Dank. Kann ich mir richtig was von kaufen. So, Laufbahn. Na, wow. Dann zeig mal die Fähigkeiten, bitte. Na, immerhin. Die Punkte haben wir mitgespeichert. Müssen wir also nicht nochmal holen. Speichere ich nochmal. Deswegen sorry für die Schrift da im Bild, aber das ist es mir nun mal wert. Und ich dadurch vermeiden kann, dass ich hier alle doppelt und dreifach versuche. Pfeffer maule. Mann, 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 Mann. Ja, kauft mal noch ein paar Zeitungen, bitte. Dankeschön. Jetzt braucht er Essen. Oh, ich hasse ihn so sehr. Ich hasse diesen Pisser. Entschuldigung. Jetzt ist auch das irgendwie hier oben. Die Schrift ist so ein bisschen grau, ne? Nicht so weiß wie hier, wie normal, sondern die ist grau. So, als wäre ein bisschen so ein Grauschleier hier drüber. Ganz merkwürdig. Dann saufen wir mal schnell noch was. Vielen Dank. Bitte sehr gerne. Na, Hauptsache, dieser verkackte Fehler mit der Bildwiederholung ist nicht wieder da. Das wäre natürlich richtig dumm, wenn ich mir die Aufnahme dann angucke. Deswegen sorry dafür. Ich meine, es ist jetzt nicht so störend. Man erkennt ja noch alles, aber ein bisschen ätzend ist es auch. Dave, an deiner Stelle würde ich mir überlegen, wie lange man seine Gäste ignorieren kann, bevor man eine Bekanntschaft mit etwas Unangenehmen wie zum Beispiel einem Knöppel macht. Und du gehst mir auch wahnsinnig auf den Pisser. Aber natürlich sind wir ein guter Gastgeber und fragen Fusilli, was jetzt sein Problem ist. Was willst du? Ich erwarte in Kürze eine sehr wertvolle Warenlieferung und brauche einen Lagerort. Denn Merkwürdighausen ist einfach mal die Metropole für jeden Handel. In meinem Zimmer ist es zu unsicher. Hast du einen Safe oder einen Tresor, den ich verwenden könnte? Nein, du meinst also, wir sollen alle Gäste aus dem Hotel werfen, bis ich die Ware wieder verschachert habe? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Hör zu, es sieht ganz so aus, als müsstest du mir einen Tresorraum bauen. Genau das habe ich gesagt. Einen Tresor! Na los. Neues Missionsziel. Baue den Tresor. Ja, na klar, du Arsch. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Zum Erleih, wenn ich jetzt gerade so ein kleines bisschen gereizt bin. Aber ich meine, Entschuldigung. Und irgendwann spammt es einfach den Telefonspeicher zu. Mit Nachrichten, die man alle nicht lesen kann. Das ist doch schön, oder? Wen freut das nicht? Mich freut es nicht. So, wir müssen bauen. Bauen macht man in der Regel mit einer Baugenehmigung. Oh, verflixt. Ich bin nämlich... Kannst du mir noch in der Tasche vor der Goldringe durch das Hotel gelaufen? Ich glaube, du kannst dir schnell auswählen. Ja, tschüss, Goldringe. Goldringe klingt wertvoll. Vorher holen wir uns schnell eine Baugenehmigung für den Tresor. Damit Tristan damit schon mal anfangen kann. Denn ich glaube, auch dieser Tresor dauert acht Stunden. So, wo haben wir den denn? Rattenkeller, 3500 Simoleons. Tresorraum, 3000 Simoleons. Willst du mich verarschen? Geil, ich habe noch drei Simoleons. In acht Stunden mit dem Bau des neuen Zimmers fertig sein, ey. Mist. Na? Eindruckend. Quack. Das ist ja plötzlich wütend. Komm her. Ein Kürbis. Na schön. Da kann ich mir ja richtig was gönnen dafür. Liegt hier zufällig noch was rum? Nein, das hatten wir vorhin, glaube ich, schon alles eingesammelt. Dann auf zu Frankie Fusilli. Den ich erst in acht Stunden besuchen brauche. Weil bis dahin der Tresor braucht. Also um 10.10 Uhr ungefähr. Können wir hier effektiv weitermachen? Ist das nicht toll? Macht doch richtig Laune, oder? Also wir konnten jetzt irgendwie hier noch eine Quest. Konnten wir jetzt weitermachen. Und jetzt müssen wir schon wieder ausharren ewig. Ah, wer sich das überlegt hat. Ich weiß es nicht. Liegt das Kennzeichen wieder da? Bitte? 151. Danke, Heini. Du Heini. Da gehen wir gleich mal zu. Es liegt wieder da. Wie scheiße sind die Kennzeichen programmiert, ey. Aber immerhin bekommt man eine Meldung, wenn man ein neues gefunden hat. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Na schön. So, dann kaufen wir... Äh, wir kaufen nicht. Ja, ja. 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 Sieht richtig scheiße aus. Aber es sind Macken im Opus. Und Simon ist schon wieder traurig. Und Eugene läuft dazwischen. Was soll denn das? Oh Gott, dieses Spiel nervt einfach mit seinen vielen Fehlern. Und es hat einfach mit Sims so gut wie nichts zu tun. Das ist so geil. Es gab ja auch Sims 3 für den DS. Was einfach wie Sims für den DS ist. Und dann gab es diese Grütze. Aber das macht ja nichts. Das wusste ich vorher. Es ist ja trotzdem ein ganz nettes Spiel. Mit Betonung auf nett. Und nett ist die Grenze. Aber, naja. Wir werden es sicher irgendwie noch hinkriegen. So, jetzt erhöhen wir erstmal unsere Laufbahn ein wenig weiter. Wir kriegen einen Kürbis. Und ihn beruhigen wir mal. Und bekommen 15 Molions. So, wir malen auf diese leere Leinwand. Äh. Malen. Wir malen, ne? Wir malen einen Magnus Opus. Magnum Opus. Und hier ist auch leer. Ist ja toll. Mein Gott. Die Schrift sieht scheiße aus. Es ist Müll. Naja. Dann malen wir was Neues. Zum Beispiel. Diesen Bogen. Denn das ist ein Meisterwerk. Also, ich muss sagen. Es ist wirklich vielfältig. Die Auswahl. Die man hier kaufen kann. Ne. Ich zeige es auch mal gerne nochmal. Es ist so bescheuert. So umschwärmen bringt uns nichts. Deswegen mache ich es einfach nicht. So, wir haben 159 Simoleons. Da können wir jetzt ja mal richtig einen... Können wir es mal richtig krachen lassen. Mit G. Krachen. Wir sollten uns jetzt mal im Hotel ein bisschen umschauen. Und wir stinken. Denn angeblich... Hat hier ja jemand Goldringe verloren. Ohne Ende. Äh, duschen. Genau. Ein bisschen zügig, bitte. Hui. So, nicht übertreiben, Timmy. So. Wow. Geil. Mega. Dankeschön. Ich zoome nochmal ein kleines bisschen. So, dass wir hier möglichst alles drauf haben. Na komm, ein bisschen kann man raus. So. Dann zeige ich mal her. Ich weiß nicht, wieso ich hier reingucke. Ich will mich nur davon überzeugen, dass es in unsere Laufbahn gestiegen ist. Und das ist sie, glücklicherweise. Und jetzt begeben wir uns nochmal auf die Suche. Ist hier jemand traurig zu fällen? Nein. Leider nicht. Wir sind natürlich nach wie vor noch auf der Suche nach Staubhaufen. Da vorne habe ich auch einen gesehen. So ist hier irgendwas? Nein. Leider nichts. Da ist ein Staubhaufen. Wow. Einer. Krass. Alter, die geben 75 pro Stück. Oh, komm her. Alter. So kann man natürlich auch Geld machen. Ist hier zufällig noch Staub? Man muss sich jetzt hier echt überall umgucken, weil halt... Das ist übrigens der Tresor. Wir gehen eine Tür raus und haben hier aber... Naja. Ihr seht's ja. Ja. Gut. Ich sag mal nichts dazu. Da war nicht für mehr Programmier- und so Platz. So, jetzt gehen wir nochmal schnell in die Zimmer und gehen einfach das Hotel nochmal aufwärts entlang. Denn diese Staubhaufen sind ja wahres Gold wert. Habt ihr ja gesehen gerade. So, euch geht's gut. Ist ja schön. Ich geh jetzt nochmal... Ich weiß, das ist jetzt gerade leider ein bisschen monoton. Aufgrund dessen, dass wir in der Hauptquest sozusagen nicht weiterkommen derzeit. Beziehungsweise einfach warten müssen. Sinnloserweise. Außerirdische sind immer, wenn wir nach Hause fliegen, würde ich sie gerne begleiten. Hier hält mich sowieso nichts mehr. Stoppe die außerirdischen Invasionen bis Sonntag um 3.17 Uhr. Na toll. Das bringt mir aber nichts. Ich bin... Die kriegen mich doch sofort. Was soll ich denn machen? Hast du doch gesehen letztes Mal. Und ich meine, so bescheuert habe ich mich ja nicht angestellt. Ja, da muss man dann erstmal den Raum finden, wo die Ehen-Invasion stattfindet. Ich glaube, wenn wir Pfeffer-Paule fragen würden, wo er ist, könnte man es sogar rausfinden. Sie könnte auch in der Stadt sein. Sie kann in einem Hotelraum sein. Kann überall sein. In dem Fall ist sie in der Stadt. Und da ruckelt es einfach mal unfassbar krass. Also was heißt ruckeln? Es läuft einfach sehr langsam. Spook, also... Ich muss sagen, gut programmiert. Da macht das auch richtig Sinn, dass wir hier jetzt hier irgendwie... Das kotzt mich alles an. Ja, hier laufen die Außerirdischen rum. Und ich weiß schon, was gleich passieren wird. Okay, einen haben wir erledigt. Ich weiß nicht, was die da oben in den Sprechblasen haben. Okay, da drüben ist noch einer. Ich finde es gut, wie sehr das hier einfach backt. Okay, jetzt geht es einigermaßen besser. Okay, das war merkwürdig. Du hast es geschafft, die Invasion zu stoppen. Naja, hurra. Dafür haben wir 300 Simoleons bekommen. Na, immerhin. Kuh, es tut mir leid. Ich muss jetzt mal meine Wut an dir auslassen. Mach das bitte nicht im echten Leben. Die Kühe können meistens nicht von alleine aufstehen. Wir haben sie jetzt mal gemolken. Und da gibt es einen 1A Milchshake. Nach all den Jahren ist Vanille immer noch der absolute Verkaufsschlager. Übrigens, die Beschreibung von den anderen Produkten ist auch nett. Nachos mit Fetakäse, Kichererbsenpasten, Zwiebeln, Oliven, Tomaten und Pfefferkäse. Und der Mysterium Fleischburger. So fettig, dass er zum gefährlichsten, dass er zu gefährlichstem Nahrungsmittel der Stadt gewählt wurde. Die waren einfach alle auf Drogen, die Leute, die hier irgendwas mitgemacht haben. Einfach komplett im... und so. Gut. Dann, ähm, was wollte ich jetzt noch machen? Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte mich auf die Suche nach Staubhaufen begeben. Und zwar zum Beispiel in der Lobby im ersten Stock. Hier sind aber leider keine Staubhaufen. Ich weiß nicht, können in den Zimmern auch welche sein? Sag mal... Katie, hast du irgendwie schon wieder Probleme zu Hause oder was? Ich glaube, die ist verrückt, ne? Ne, die will umschwärmt werden. Die ist ein bisschen unter... Naja, du weißt schon. Mit unseren bloßen Händen haben wir jetzt hier den Dreck weggemacht. Ich will gar nicht wissen, was das war. So, modernes Zimmer. Sag mal, was ist denn los bei euch? Ich dachte, hier liegen Staubhaufen, weißt du? Ein Staubhaufen gefunden. Toll. Unfassbar. Was macht denn der ganze Dreck hier? Das hat ihr alle ausgeflippt, weil ihr... Irgendwie alien-invasionsmäßig nicht so gut vorbereitet wart? Oder was ist los? Ja, das lasse ich nochmal drin, wegen der Geräusche. Geh, über den. Über die Schnall-Haar. Gut, dann haben wir es schon geschafft. Und bekommen einen Brennstab. Vielen Dank. Ich hätte es besser gefunden, wenn wir Staubhaufen kriegen. Vielleicht im Penthouse. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Warum sollte Pfeffer-Paule im Penthouse sein? Ich frage dich mal, gibt es was Neues? Ein Tresor, na los. Wir sind dabei, du Typ. So, hier sieht es aber auch nicht nach so aus. Nicht nach so aus, Alter. Mein Deutsch. Ich meine, es ist 2.21 Uhr. Bitte etwas Nachsicht. Mann, jetzt habe ich mich vorhin so gefreut, dass wir 6.000 Simoleons haben. Jetzt haben wir noch weniger als 1.000. Das ist doch doof. Ach. Gut. Staubhaufen gibt es hier offensichtlich auch nirgendwo so ordentlich. Und trotzdem würde das Zimmermädchen 195 kosten. Klar. Na klar. So, haben wir hier vielleicht eigentlich jemanden Neuen kennengelernt? Nee, ne? Nee. Und noch so viele Leute, von denen wir die Geheimnisse brauchen. Oh. 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 Nein. Ach ja. Ach ja. Wupp, 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 wupp. Wieso seid denn hier alle verrückt? Ich brauche jemanden, der traurig ist. Manchmal werden die aus unerfindlichen Gründen traurig, die Leute. Äh, äh, äh. Ja, auch. Aber vor allem verrückt. Wupp, 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 wupp. Also, ich bin für 855 Simoleons. Naja, schön. Schön, sag ich mal. Ich spiele schon wieder über eine Stunde. Das heißt effektiv vermutlich so um die 40 Minuten. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell in die Kunstgalerie. Dann verpisse ich mich in die Manager Suite. Und dann war es das schon wieder für jetzt. Denn irgendwann heute Mittag, denke ich mal, sehen wir uns ja dann schon wieder. Wow. Hurra. Freude. Für alle. Was ist denn los mit euch? Ja, ich weiß, die Verrückten machen die Dreckhaufen hierhin. Aber ich meine, ähm... Ja, doch. Da war sogar fast im Takt geklatscht. Oh, komm. Dreckhaufen machen sie übrigens nur bei mir. Nicht etwa in der Kneipe oder woanders. Stören. Du bist schon gestört genug. Und wow. 5 Simoleons. Da kann ich mir richtig was von kaufen. So, ich wollte eigentlich was Neues aufhängen. Äh... The Circle. Circle of Life ist ein Magnum Opus. Alles, was kein Müll ist, ist mir egal. Das Zeug wird dir gekauft. Das ist die Hauptsache. Und damit weiß ich ja auch Bescheid. So. Hier füllen wir mal schnell auf. Na, Heini, kaufst du was? Na, leider nicht. Ach, wie doof. Dann würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmesession mal wieder. Wie gesagt, in... Circa... Naja. Zwölf Stunden würde ich jetzt mal schätzen. Sehen wir uns dann schon wieder hier. Und gehen vorher natürlich nochmal aufs Klo. Sehr klar. Aber bitte im Expressvorgang. So. In diesem Sinne, Freunde. Bis zum nächsten Mal und bis denn. Der Timmy von Simovie. Und dann hoffentlich ohne Unterbrechungen durch defekte SMSen. Ich wünsche euch was. Und sage mal Tschüss. Und bis dann. Haut rein. Euer Timmy von Simovie. Am besten so. Tschüss.